Wo ist denn das? Wo ist denn das? Das war's für heute. Ich weiß es gerade nicht. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Ja! Das war's für heute. Und... Das war's für heute. Und... 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 Jetzt werde ich noch mehr abtraumen als Vorhaben. Bitte geht jetzt. Du bist immer noch hier? Wer bist du? Zeig uns wenigstens, wie du heißt. Ich war in der Schindra Produktionsabteilung. In der Verwaltungsforschung, auch bekannt als TORX. Die TORX? Das soll ich machen. Obwohl ich hatte die letzte Sonsalukat genannt. Ach egal. Mit Schindra habe ich nichts mehr zu tun. Und du? Svenita, Ex-Soldat. Hast du auch zu Schindra gehört? Kennst du Lucrezia? Wen? Lucrezia. Die Frau, die Zephyroth gebar. Gebar? Ist Genova nicht Zephyroth Mutter? Ganz falsch ist das nicht. Aber es ist nur eine Theorie. Eine wunderschöne Frau gebar ihn. Lucrezia war diese Frau. Sie war die Assistentin von Professor Gast. Vom Genova-Projekt. Wunderschöne Lucrezia. Ein Experiment mit Menschen? Das Experiment konnte beim besten Willen nicht gestoppt werden. Ich konnte sie nicht abhalten. Das war meine Sünde. Ich habe zugelassen, dass die, die ich liebte und am meisten bewunderte, das Schlimmste erleben musste. Du wurdest also mit Schlaf bestraft. Das ist komisch. Lass mich schlafen. Na gut. développement hoch und Tangier住 Nummer kurz die glucfäine Er Constellung. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer zwei. Nummer zwei. Nummer zwei. Vielen Dank. Warte, wenn ich mit dir komme, werde ich dann Hojo treffen? Keine Ahnung, aber wir suchen uns Zephyroth, also früher oder später. Lucrezia. Okay, ich habe beschlossen mit dir mitzukommen. Was, du kommst mit uns? Als ehemaliger Turk kann ich euch vielleicht helfen. Na gut. Ist das für Rath? Das bringt meine Erinnerungen zurück. Machst du bei der Wiedervereinigung mit? Bei der Reunion? Ich weiß nicht mal, was eine Reunion ist. Genova wird bei der Wiedervereinigung sein. Genova wird bei der Wiedervereinigung mitmachen. Es wird ein Unglück aus dem Himmel beschworen. Genova? Ein Unglück aus dem Himmel? Meinst du, sie war eine Angehörige des alten Volkes? Ah, ich glaube, du hast kein Recht mitzumachen. Ich gehe nach Norden am Mount Nebel vorbei. Wenn du es herausfinden willst, dann folge mir. Ich gehe nach Norden am Mount Nebel vorbei. 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 Stellen Sie sich an den Geheimen an Mt. Neville wird er überqueren, aber momentan kann ich mir auch nicht vorstellen, dass City 2 war hallo, was ist gut jetzt Es gibt doch hier eine Lahn, oder?